ja moin leute was geht denn da wieder ab bock auf intro let's go und wieder eine woche vorbei und meine fresse was ist denn da los es scheint so als würde der mando hype tatsächlich ordentlich abebben da gab es ja jetzt tausend videos tausend berichte dazu dass die folgen die jetzt gestreamt wurden von der dritten staffel deutlich weniger aufrufe hatten als staffel 1 und staffel 2 25 prozent weniger als sonst und so weiter und es kann natürlich sein dass die magie ein bisschen flöten war wir hatten ja oder bisschen flöten ist wir hatten ja jetzt auch ein zwei star wars serien wo man gesagt hat boba fett war nicht so meins oder er war doch eigentlich okay oder kenobi ist ja wohl das geilste was den je hervorgebracht hat die anderen sagen war nicht ganz so meins und vielleicht war das einfach ein ein jahr zu viel ohne the mandalorian und jetzt ist der hype vielleicht einfach ein bisschen abgeebbt ich muss sagen ich kann diese kritik gar nicht nachvollziehen also die kritik an den folgen dass der hype vielleicht ein bisschen weg ist so ist das immer manchmal manchmal aber jetzt lasst mich nicht so lange rumquatschen let's go so bo katan ist jetzt wieder teil einer gruppierung das ist der weg na endlich wieder bisschen familie hast doch sonst kein mehr das müsste doch eigentlich bo katans ding sein so weil sie auf das pazifistische mandalor kein bock hatte hier alle am feiten alle am rum stänkern das ist doch genau ihr seil krebse sind ja auch nicht so mein ding was ist denn das ding der kann doch grogo einfach wegschießen also zumindest aus seiner sicht denke ich muss man mögen die moves von grogo wie es aussieht muss man mögen haus of the dragons hat er mitgenommen geiler shot ein mandalorianer zu werden liegt noch eine menge arbeit vor uns wir alle sind anfangs wie rohes ernst geiler shot geiler 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 Es wird alles gut, Kleiner. Oha, Verfolgungsjagd, of course, hat während Order 66... Harry Potter, Hagrid-mäßig. Moment mal, die Synchronstimmen von den Klonen müssten doch aber eigentlich die von Jango sein. So, jetzt noch ein bisschen Drachen-Action. Jetzt fügt sie sich doch den Regeln. Ja, das sind bestimmt die Eier von dem Vieh. Er wird da gleich mächtig böse werden, wenn er die anfasst. Ja, oder Kinder. Nicht Eier, aber Kinder. Ja, moin, was geht denn ab? Der arme Junge, ey, was für ein Scheißstart in die Woche. Da, da ist er ja. Und jetzt wachsen die kleinen Drachen-Babys ohne Mami auf. Mir geht's gut, Father. Wie Anakin. Bravo. So klatschen wir Mandos übrigens, wie es aussieht. Die haben die alle drei da reinbekommen. Nein. 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 Der Mythosaurier gehört zu allen Mandalorianern. Wer den Weg des Mandalor beschreibt, wird mannigfaltige Dinge sehen. Welche manche von uns für unnatürlich halten. Das ist der Weg. Okay. Gute Folge. Gute Folge. Von mir gibt's solide gute sieben. Ich würde sagen sieben. Ja, sieben von zehn. Ja, ich habe gar nicht so viel zu sagen. Gibt ja jetzt wenig mysteriöse Punkte in dieser Folge, wo man sagt, ah, was passiert jetzt? Und so weiter. Wir haben hier Ahmed West. Ja, ich gehe davon aus, dass das der war, der Grogu gerettet hat. Und ja, somit wurde er redeemed, indem er jetzt einen Jedi spielen durfte und nicht gleich kalt gemacht wurde. Mich irritiert ein bisschen, dass die Klone keine, ich höre mir das gleich nochmal an, wenn ich das Video schneide. Aber wenn ich mich richtig erinnere, hatten die einfach nur irgendwelche Stimmen, aber nicht die von Jango Fett. Aber alles andere sehr cool. Und ich schaue mir jetzt noch eine Folge The Bad Batch an, weil ich habe schon im Discord gelesen, dass da alle wieder recht happy mit der Folge sind. Deswegen bin ich da mal gespannt. Und ja, liked dieses Video, schaut es euch nochmal an, abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Das ist der Weg. Ich vermine. Das ist der Weg.